Flasch, geht's? Arcee, Megatron, kommt dums. Keine Sorge, Optimus, ich werde ihn aufhalten. Du bist nicht! Oh, was zum Teufel, Megatron, du kannst doch kein Mädchen schlagen. Was? Warum nicht? Sie hat auf mich geschossen. Das war nicht gerade sehr feministisch von dir, Megatron. Es ist 2016, Megatron. Liest du denn nicht das Internet? Decepticons, rückzug! Ich bin sehr frustriert und verwirrt. Bla, 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 bla. Ich bin eine Frau. Bla, 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 bla. Ich hasse Männer. Bla, 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 bla. Ich bin eine Frau. Bla, 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 bla. Oh mein Gott, wie konnte ich nur so blind sein? Gentlemen, ich habe sehr viele Nachforschung angestellt und ich habe entschieden, dass die Decepticons politisch korrekter werden müssen. Ich bin jetzt eine Frau. Mega-Trance. Ich habe auch entschieden, dass ihr alle problematisch seid. Du bist problematisch, du bist problematisch und du bist sehr problematisch. Was? Auf Wiedersehen, Fuck-Boys. Wow, das ist ein geiles Partitten-Megatron. Starscream, du hast mich das letzte Mal objektiviert. Nein, bitte, verschau mich laut Megatron. Ich kann auch politisch korrekt sein. Megatron war mein Sklavenname. Ich bin Offender-Tron, Anführer der Offender-Cons. Prime, komm vor und stell dich mir, sofern du keine Angst davor hast, von deiner Frau geschlagen zu werden. Diese wundervollen, köstlichen Brüste täuschen niemanden, Megatron. Ich werde dich trotzdem erschießen. Du solltest dein Privileg checken, bevor einer meiner neuen Kämpfer das für dich tut, Prime. Erblicke Curve-Bot. Ich bin sexy. Safe Space. Und Black-Bot. Ja, ich bin bloß ein schwarzer Typ, Mann. Ich will überhaupt nicht hier sein. Doch, das tust du! Du bist eine Minderheit, also benehm dich auch wie eine. Jesus Christus, Prom! Was? Äh, was? Ich dachte, wir haben bereits angefangen wie... Wir fangen an, richtig? Wir fangen an! Yo, fickt euch, Jungs! Das ist Bullshit! Ich hätte heute zu Hause bleiben können! Mensch, Leute, ich will hier nicht auf der falschen Seite der Geschichte sein. Yeah, Grimlock will keine schlechte Person sein. Oh, was? Jetzt will jeder ein Decepticon sein? Hey, kommt schon, Leute. Das ist nur Megatron mit Titten. Wow! Wirklich Optimus? Okay. Nein, das ist nicht das, was ich meinte! Er ist ein Idiot, bricht ihn die Beine! Ah! 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 Wuhu! Voll in die Fresse! Scharf! Endlich! Wir sind von der Unterdrückung befreit! Gute Idee, deinen fetten Arsch dafür zu benutzen, um Optimus Kopf zu zerquetschen, Curve-Bot! Fick dich, offener Tron! Dudere Schlampe! Ich bin sexy! Hör auf, mich zu beleidigen! Das war ein Compliment! Hey! Lass sie bloß in Ruhe! Zu viele Streitigkeiten! Grimlock hält das nicht aus! Hält es nicht aus! Meiner meiner gellten Brüste wurde zerstört! Oh, Fenderkorns! Rückzuuug! Trance Scream beschützt mich! Oh, yeah! Meine Güte! Das ist geil! Ich bin sexy! Ich bin sexy! T